Jo, schönen guten Tag, der ERA ist wieder da und wir spielen eine Runde World of Tanks. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie Nebelburg, das ist ein Großgefecht. Und jetzt gleich Disclaimer, bitte, 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 für alle, die gerne herkommen, weil sie hier großes Siege sehen wollen, großes Gameplay, großes Tennis, heute nicht. Also dann bitte jetzt das Video ausmachen, dann ist das heute leider nicht für euch, weil heute kommt ein echt übles Video, eigentlich wollte ich es für traurig, witzig Tralala nehmen und zwar für die Traurigabteilung, aber es ist einfach zu lang. Deswegen drauf geschissen, wir machen das jetzt so frei Schnauze, für alle, die jetzt noch da sind, heute wird es ein bisschen anders, also es wird ein bisschen schwierig. Ich fahre meinen AMX 1305, das ist der Stufe 10 Light im französischen Baum, den habe ich mir jetzt endlich mal leisten können und ich finde ihn geil. Das ist mein erster Zehner, den ich wirklich, wirklich richtig gut finde. Das macht mir echt Spaß, ich habe bei den Zehnern vielleicht ab und zu echt ein bisschen daneben gegriffen. Ich habe eine Maus, ein E100, eine Grille und so, das ist alles nicht so richtig meins. Okay, Padgett ist noch ganz so geil, meine Padgett mag ich noch, aber das Ding hier ist richtig gut, das Ding macht richtig Spaß. Der Elder ist mit, der Elder fährt den FV 400 und eine 5 hintendran, also 4005 und wir haben einen T100 Light gefunden, der uns natürlich dann dementsprechend auch gefunden hat. Insofern Rückzug. Warum mag ich den AMX 1305? Ich mag zum einen, dass er, dieser Clip ist wirklich gut, also 390 Alpha in einem 3 Schuss Autoloader, das ist Schaden. Das ist Schaden, den man tatsächlich so ein bisschen merkt, das ist gar nicht schlecht. Ja und guck mal, es steht schon 92 zu 98 Prozent oben. Also das ist halt, unser Team lässt sich direkt instant erstmal richtig aufrauchen. Also Plan war, dass ich hier auf der Flanke so ein bisschen spotte, hier in dem Wald, das mache ich immer ganz gerne, finde ich für einen Scout gar nicht schlecht, weil dann kann man am Ende wirklich auch bis ganz hinten reinschauen, das ist gar nicht so verkehrt. Und ja, der Elder sollte einfach ein bisschen schießen, aber guck mal da, zum Beispiel den 705 A, den kriegt man dann auf, wenn er rüberfährt und so weiter. Also hier ist, als Scout Position ist das hier gar nicht so schlecht. Also hier kriegt man durchaus so ein bisschen auf, was sich an die Front verlegt. Ich wäre normalerweise noch ein Stück weiter vorn, das ist aber mit diesem T100 LT da oben. Ein wenig schwierig, das macht es ein bisschen kompliziert. So, jetzt 3 zu 2 für unser Team. Ja, ich mache tatsächlich erstmal einen auf Scout. Da ist wieder so ein FV-Gerät, den möchte ich natürlich jetzt nicht treffen, dass der mich irgendwie penetriert, dann fliege ich ja direkt von der Karte, das mag ich auch nicht. So, jetzt haben wir schon 1300 Schaden durch Aufklärung. Immerhin, das ist ja schon mal eine Ansage. Guck mal, da sind wieder neue Leute, die gehen aber nicht auf meine Kappe. Also das ist nicht mein Spot, sondern das ist irgendwo jemand anders, der da was zeigt. Ansonsten ist hier gerade relativ ruhig. Dieser T100 LT jetzt da oben, ist der weg. Es sieht so ein bisschen so aus, als wäre der weg. Jetzt könnte man normalerweise sich noch ein Stück nach vorn verlagern, sich ein kleines Gebüsch suchen und nochmal schauen. Ah, Mist, für den FV hätte man jetzt zu Schuss setzen können. Ah, der FV, na? Du willst doch mal gucken. Hä? Was ist denn das für ein Blödsinn? Gerade hatte ich da eine Silhouette und jetzt ist er wieder durchgefahren und ich hatte nichts mehr. Das ist halt auch die Frage, will man so ein FV jetzt beschießen, unter der Gefahr auf... Oh. Ja, ist klar. Ja, es ist ein russischer Light Tank, da kann man auch mal bouncen, natürlich. Das ist logisch, da kommt man jetzt nicht so durch. Ich dachte, ich ziele einfach mal Center of Mars, weil es ist ja ein Light und so. Aber ach, das darfst du bei russischen Panzern einfach nicht machen, das ist einfach bescheuert. Na, Captain FV. Das ist okay, 10er Tank Destroyer, die gehen, da geht was. Ja, und jetzt haben wir das ja eigentlich relativ gut im Griff. Der Elder hat sich den E100 geschossen. Hm, und ich stehe jetzt hier. Ja, vielleicht müsste man ein bisschen aktiver werden, vielleicht. Ich wollte jetzt erstmal noch so ein paar Schüsse nehmen. Da gab es aber nichts. Der VK, da wird übrigens noch eine Rolle spielen. Ähm. Ja, 8, 7. Wir haben die komplette linke Flanke verloren. Wir haben die komplette Stadt verloren. Das ist echt ein bisschen dumm gelaufen, aber was will ich machen? Da kann ich einfach auch nicht so richtig was für. Planen wir jetzt. Ja, klar. Da ist immer noch ein T100 Light. Das ist zum Kotzen, ist das. Ja, jetzt sind wir noch schnell weg. Gott sei Dank habe ich diesen Stein da. Den wollte ich gerne nutzen. Jetzt fahren wir ein bisschen unvorhersehbar. Da hat sich eine Grille geschossen. Aber das war natürlich jetzt echt... Ich wollte jetzt einfach ein Stück vorgehen, um noch einen Spot zu liefern. Aber ihr seht schon, das ist eine Flanke, die ist wichtig. Aber dieser T100 Light ist kram. So, und jetzt, sage ich gesagt, jetzt fahre ich erstmal weg. Wir haben ja noch genug Panzer. Der Alter hat dann noch so ein Progetto und so, die ihm ein bisschen einen Spot geben können. Und jetzt gucken wir mal, was hier beim IS-7 so geht. Vielleicht können wir dem ja mal ein bisschen Ärger verursachen. Wo auch immer der Schuss gerade hinging. Ich habe keine Ahnung. So, Kette abmachen. Planbar Kette abmachen. Und das meine ich, das tut schon weh. Das waren jetzt gerade 800 Schaden in kürzester Zeit. Und der Knip-Reload ist okay. Also das kann man durchaus so machen. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe auch keine ganz schlechte Crew hier drin. Also das ist schon in Ordnung. Aber es ist halt 12, 13. Wir liegen halt immer noch hinten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist echt so ein bisschen ärgerlich. Diese Ruckler hier übrigens, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Warum das hier so zwischendurch ab und zu mal so hakt. Ich habe keinen Plan, ob das Serverlecks sind von dem Tag. Ich weiß es nicht. Übrigens, die Barbeiter vor meinem Haus sind da. Sie sind da. Sie haben gestern schon Riesenlöcher gebodelt und das Glasfaser in die Erde geschmissen. Das muss jetzt nur noch in mein Haus. Also es wird, ich werde dieses Jahr noch schnell das Internet bekommen. Ob das nur ein Segen für die Menschheit ist oder nicht, weiß ich nicht. Für mich ist es großartig. Ich kann endlich mal was wahrscheinlich ein bisschen schneller hochladen. So, nächster Anlauf. Da ist ein Superkong. Kriege ich da noch was rein? Das ist alles rot. Oh, Mist jetzt. Ja. Das waren die Reflexe eines alten Orang-Utans. Das war echt unterirdisch. Das war echt scheiße. Uiuiui. War der schlecht. Komm, mein IS-7-Freund. Du willst doch nochmal von mir kassieren. Ich möchte dich bitte noch penetrieren. Ich möchte dir jetzt noch Schaden geben. Komm. Du willst nochmal gucken. Ja. Die Richtung war gut. Komm, IS-7. Gib ihm. Du willst nochmal gucken. Komm. Wir liegen immer so genau den einen Panzer hinten. Oh, die Artie hält rein. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, ob da hinten was kommt. Das ist halt, diese Flanke ist halt die, die bedroht ist. Deswegen bin ich auch ursprünglich mal hierher gekommen. Na klar, nehme ich auch gerne den IS-7 mit, wenn ich das denn darf. Aber wir müssen halt sehen, dass wir die Flanke hier irgendwie erstmal so ein bisschen für uns freigezogen kriegen. Beziehungsweise verteidigt kriegen. Was? Bin ich aufgegangen. Aber den Kill nehme ich natürlich gerne mit. Der andere IS-7 hat noch einen Hitpoint. Oh. Komme ich da rechtzeitig ran? Das wäre witzig. Nein. Oh, da ist noch ein WZ. Shit. Shit, 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 shit. So, da ist er nochmal. Hm, 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 hm. Jawoll. Und das meine ich, das tut schon weh. Das war jetzt auch eine Highroll. Also da brauchen wir auch nicht reden. 468, da kannst du schon. Das ist schon, bei 390 ist das schon eine Ansage. Da habe ich schon ganz schön Prozente drauf gepackt. Aber, ja, wir kommen trotzdem immer bei allem, was man so macht. Es gibt immer wieder direkt instant die Retourkutsche. Wir liegen schon wieder dem Panzer hinten. Das ist total ärgerlich. Oh, und jetzt haben sie den Älter. Jetzt kriegt der Älter auf den Frack. Er rief noch nach Hilfe. Ich habe Gas gegeben, so schnell ich konnte. Aber mal schauen, ob da noch was geht. Kriegen wir den Älter hier noch gerettet? Ja, na. Dieser Light müsste halt mal weg. Dieser T100, der müsste da mal weg hier. Das ist echt... Aber die Frage ist, wo ist der Typ hingefahren? Wo ist er hin? Ja, ich bin halt leider nicht das schnellste Fahrzeug hier auf dem Platz. So, 1918. Jetzt muss doch aber mal der Bock umgestoßen werden. Jetzt sind wir doch mal vorne. Jetzt muss es doch mal losgehen. So, jetzt versuche ich nochmal die Base vom Gegner zu spotten. Vielleicht kriegen wir da die TDs auf und so, dass wir da noch was hinkriegen. Der Progetto fährt ja immer die Sichtlinie ab. Der will ja den Proxyspot. So, jetzt ist die Frage. Ich will ja... Von dem will ich jetzt auch nicht gespottet werden. Das wäre jetzt auch nicht so richtig geil. Das willst du ja auch nicht. 19 zu 19. Nein, 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 nein. Naja, dann schauen wir mal. Ob wir jetzt den Progetto hier mal... Wenn da halt so ein FV hinten steht... Uh, ich bin offen. Ach, komm, hör auf. Das ist doch nicht wahr. Ja, der hat das clever gemacht. Der hat für seine Typen da oben den gespottet. Und hat dabei selber gar nichts gemacht. Ja, sinnlos. Alleine brauche ich gegen den Progetto nicht antreten. Dann kommt nämlich auch die Ardi mit dem Schießgewehr. Das habe ich gut hingekriegt. So, es ist nach wie vor auf allen Flanken essig. Es ist auf allen Flanken essig. Jetzt ist nämlich die andere Flanke im Eimer. Die Stadt ist sicher. Der M60 ist da durchgefahren. Und hier drüben ist jetzt komplett offen. Hier drüben ist jetzt alles weg. Ach, das ist doch beheuert. Das ist doch alles... Das ist doch alles kacke. Und da ist so ein VK. Ja, was mache ich mit einem VK? Gar nichts mache ich mit einem VK. Da komme ich nicht mal rein. Das ist... Das ist... Oh, Batchettorino. Da komme ich rein. VK brauche ich nicht schießen von hier aus. So, jetzt hat der Elder von der Batchett tatsächlich kattiert. So, ich gebe der Batchett nochmal schön ein. So, T100 Light ist raus. Ähm, unsere Art, die stirbt. Jetzt wird es... Jetzt wird es... Jetzt bricht es zusammen. Jetzt sind sie hinten drin. Jetzt sind wir am Arsch. Aber es ist halt, was willst du machen? Also, ich kann hier einfach nur versuchen, diese Flanke zu spotten. Und immer mal reinprügeln. Viel mehr Optionen bleiben mir einfach nicht. So ein VK brauche ich nicht angehen. Zumindestens jetzt nicht, äh... Frontal. So, Objekt 277 kriegt, äh... Tja. Und jetzt kriegt die Batchett. Jetzt schmeiße ich die Batchett weg. Ja, und jetzt haben wir gleich vier Panzer hinten. Ja, jetzt ruft der M60 um Hilfe. Lieber M60, was willst du denn dort hinten? Ja. Toll. Jetzt kriegen wir hier richtig den Hintern aufgerissen. Froschetto ist noch da. Die sind alle noch ein Stück weiter hinten. Ich bin aufgegangen. Ach, das ist alles, das ist alles bescheuert. Ja, ihr seht schon, worauf das jetzt hinausläuft. Ne? 20, 25. Boah. Jetzt schießt mich die Artie. Natürlich. Da ist der VK. Der ist halt auch noch komplett voll. Das ist halt einfach... Puh. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Die ganze Veranstaltung. Es kotzt mich an. Jetzt ist man dann so innerlich so ein bisschen... Das ist der Nachteil von Leitz. Man, 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 man... Ja, man ist ein guter Panzer, aber man trägt es halt nicht. Es trägt halt einfach nicht. Keine Chance. So. 2000 Spots, 2000 Schaden gemacht. Ist keine riesengroße Runde, aber es ist okay. So, VK, guck mal. Und der macht das genau richtig. Der steht halt wieder frontal zu mir. Was will ich denn machen? Da kriege ich gar nichts hin. Und dann planen wir jetzt, ihn zu spotten, in der Hoffnung, dass die Artie ihm gibt. So. Komm, Artie. Gib ihm. Krieg nimmer die Kette ab. Und der fährt auf mich zu. Der weiß genau, wo ich bin. Das ist echt der Knuller. Ich muss hier irgendwie... Weg. Jawohl. 20 zu 27. Es sind sechs Panzer hinten. Und alles, was ich habe, ist noch zweimal Artie. Und es sind noch drei Minuten auf der Uhr. Und jetzt reifte in meinem kleinen, verschissenen Gehirn der Plan, weißt du was, wenn ich nicht gewinnen darf, lasse ich die anderen auch nicht gewinnen. Also, Ziel ist jetzt nie mehr zu gewinnen. Ziel ist es jetzt, die anderen am Gewinn zu hindern. Ich weiß, es ist assi, aber das gönne ich denen jetzt nicht. Weil ich hatte keine so schlechte Runde. So. Badshad 25T. Rausgenommen. Nicht stehen bleiben jetzt. Die haben Artie. Die haben alles am Start. So, jetzt ist die Frage. Ich habe nur einen Schuss im Magazin. Da cappt jemand. Darauf müssen wir jetzt ein Auge kriegen. Irgendwie. Ja. 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 Da ist eine gegnerische Artie. Eiderdaus. Da ist eine Artie. Die cappt. Oh. Shit. Hohoho. Hohohoho. Hohoho. Objekt 277. Jetzt rennen. Rennen. Ära. Rennen. Du kleines Scheißerchen. Eieieieiei. So. Kriegen wir die Artie. Nehme ich. So. Haben wir dieses Cap Problem erstmal gelöst. Es sind noch zwei Minuten auf der Uhr. Wenn nicht bald einer ins Cap fährt, ist es Cappen als Option raus für den Gegner. Da müssen wir jetzt aufpassen. Wir müssen jetzt das Objekt noch rausnehmen. Das ist jetzt noch der Plan. Mist. Ziel doch. Gott sei Dank. Oh. Da kam schon wieder ein Einschlag. Da kam schon wieder ein Einschlag. Ah. Nein. Na klar. Ein Strutzwagen mit Gold. Natürlich mit Gold, Junge. Weil du ja so wenig Durchschlag bekommen hast auf deinem Strutzwagen. Eieieieieiei. Eieieieiei. Jetzt hat es den Richtschützen zerledert. Eieieiei. Renn, Ära. Renn. Lauf, Roger. Eieiei. Das war knapp. Das war knapp. Eieiei. Eieieieiei. Ja. Okay. Also da ist der VK. 1,18. Alleine Cappen ist schon mal raus. Also die 100 Sekunden, das wird nichts mehr. So. Da ist noch ein Strutzwagen. Da ist er, der Goldschießer. Ja. Wir sind sechs Panzer. Fehlen uns. Zum Gewinnen. Ja, ich weiß. Aber die Gegner haben gar nicht mehr so richtig viel. Aber es sind halt noch Tank-TDs unterwegs. Unsere Art, die kriegt auf den Frack. So planen wir jetzt einfach. Solange der da alleine cappt, kann er das tun. Solange der da alleine cappt, ist okay. Planen wir. Ich wollte gerne den Strutzwagen nochmal aufkriegen. Den hätte ich schon ganz gerne nochmal gesehen hier. Das wäre ganz schön. Aber. Ich kriege ihn nicht auf. Ich kriege ihn nicht auf. Ich dachte, der rutscht dann vielleicht auf die Art. Da ist er. Da ist er, die Sau. Eieieie. Das ist die Frage. Will man das riskieren? Ne. Will man ne. Will man ne. Es sind noch 20 Sekunden. Ich gebe selbst, wenn ich den kompletten Clip anbringe, gewinne ich nicht. Uh. Hast du das gesehen? Von da oben kam gerade ein Schuss. Hey. Ja. 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 Ich spiele gerade ganz schön mit dem Feuer. Ich muss mir jetzt mal unbedingt. Ach ne. Das war unsere Wetschat. Entschuldigung. Ich nehme es zurück. Ja. Manchmal ist blöd. Aber guck mal. Guck mal. Guck mal. Drei. Zwei. Eins. Yeah. Hahaha. So. Oh. Ich muss mal schnell ein Bild machen. Hahaha. Ja. So sieht das aus. Das war ein Unentschieden. Hey. Und ganz ehrlich. Ich habe es den Gegnern einfach nicht gegönnt. Ich gebe das ehrlich zu. Ähm. Deswegen. Ich zeige euch mal ganz fix die Auswertung. Jo. Und so sieht das dann aus. Das war nur eine Drei. Ich war auch nicht besonders geil. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ich muss tatsächlich ein bisschen scrollen. Wir haben 3000 Support Damage. Und 3000 Schaden gemacht. Dazu noch 4 Kills. Also ich fand. Das war für mich. Es ist eine der ersten Runden in meinem AMX 1305 gewesen. Fand ich tatsächlich nicht so schlecht. In der Teamauswertung. Ich stehe tatsächlich ganz oben. Wer hätte das gedacht. Ähm. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Hier die Batch hat 6000 Schaden. Das reicht nicht. Dann ärgert man sich halt schon älter auf Platz 3. Ja. 4000 Schaden im FV-Gerät. Ja. Aber so alles in allem. Ähm. Ja. Wobei die Gegner haben ja auch Nuller. Aber wir haben halt ein paar Nuller mehr. Das ist immer so. Wer mehr Nullen hat. Verliert. Ähm. Okay. Hier ist. Ähm. Nochmal die Auswertung. 40.000 Credits. Ähm. Jetzt muss ich gerade was loswerden. Ich habe gerade während ich. Also zwischendurch in meinen Kanal geguckt. Habt ein Kommentar bekommen. Ja. Da ging es um das Objekt 416 Replay vom Elder. Ähm. Das wäre ja total schlecht gespielt. Bla bla bla. Und der hat sich ja nur hinten in der Ecke rumgedrückt. Ähm. Ja. Ähm. Das ist ein Ace Tanker Replay. Ähm. Er hat das Spiel am Ende gewonnen. Es ist ein Objekt 416. Da gehst du glaube ich nicht in die Offensive. Ich habe ihn selber nicht. Kann ich nie so richtig wieder zu sagen. Fakt ist. Es hat mich gerade so ein bisschen geärgert. Weil das sind Leute die dann auch hierher kommen. Und den Sinn von diesem Replay auch nicht verstehen. Also nochmal für alle Beteiligten. Ähm. Es ist nett, dass ihr alle Ahnung habt. Das ist auch sehr schön. Da freue ich mich auch sehr. Ihr könnt alle ganz großartig World of Tanks spielen. Das finde ich auch sehr schön. Ich kann es nicht. Ich stehe aber wenigstens dazu. Ich bin dazu ehrlich. Ich weiß auch nicht. Irgendwie im Internet sind immer alles die übelsten Könner. Und die übelsten Statistikmonster. Und dann sind wir mal ehrlich. Wenn es dann hart auf hart geht. Weiß ich nicht. Also immer wenn ich so Leute treffe im Spiel. Stehe ich gar nicht so schlecht da. Rum wie num. Ist auch egal. Ich will hier niemanden ankacken. Es ist ein Spiel. Es soll Spaß machen. Ähm. Und ganz wichtig ist. Ich zeige halt auch hier solche Replays einfach. Weil wir sind die Durchschnittsspieler. Ich brauche mir nicht noch einen Maus Akrobat Kanal machen. Ich brauche auch nicht noch einen Mailand Kanal. Ich glaube das braucht es einfach nicht. Noch mehr großartige überragende Weltklasse. Ich liebe von World of Tanks Replays. Die könnt ihr da gucken. Die gibt es da. Das ist kein Problem. Das ist auch völlig okay. Da könnt ihr da Quickie Baby gucken. Der macht das ganz toll. Also so. Warum soll ich mich damit vergleichen. Oder da reinhängen. Sondern hier gibt es das Standard Gameplay. Gameplay für den kleinen Mann. Und ja. Das habe ich vorher gesagt. Ich möchte nicht eure Zeit verschwenden. Und bei mir gibt es halt auch mal so ein Unentschieden. Weil ich es einfach cool fand. Ich fand es war eine lustige Runde. Und dann hinten raus. Dass die Gegner es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Mich und diese eine Arti da noch rauszunehmen. Und deswegen die Scheiße verloren haben. Dass der eine. Auch dass der VK sich dann in den Cap gestellt hat. Das war einfach so dämlich. Dass ich gesagt habe. Das ist witzig. Also das ist einfach lustig. Wenn er uns jagen gekommen wäre. Gegen den VK mache ich relativ wenig so. Also. Rumbi num. Auch nicht böse. Es soll kein Rant sein. Oder so. Aber ich freue mich über jeden der hier schaut. Ich freue mich über jeden der hier kommentiert. Es ist alles nett. Und es ist alles schön. Aber ja. Es wird kein Ace Tanker Kanal. Es wird keiner. Kein Mailand Kanal. Weil dafür bin ich einfach zu schlecht. Ich wäre auch nicht besser. Ich bin übrigens alt. Bei meiner Lebensjahreszahl steht also bald eine 4 vorn dran. Ich wäre nicht mehr besser. Ich bin auf einem guten Durchschnittsniveau. Und ich mache das hier aus Spaß und erfreut. Ich verdiene mit YouTube keinen Cent. Ich habe 270 Abonnenten. Das interessiert am Ende niemanden auf dieser Welt. Was ich hier tue. Deswegen. Ich finde es immer ein bisschen vermessen. Wenn man auf die Arbeit anderer Leute kommt. Und sagt. Ha ha ha. Du bist scheiße. Selber machen. Ist okay. Und ich zwinge niemanden sich das hier anzugucken. Also das würde mich. Ja. Entschuldigung. Es eskaliert gerade ein bisschen bei mir. Weil mich das immer aufregt. Die Leute machen einfach. Dann sei doch froh. Dass dir Inhalt geboten wird. Der kostet dich nichts. Dann guckst du nicht an. Wenn es dir nichts taugt. Das ist doch okay. Das darfst du. Und ich verbreite weder irgendwelche ganz blöden politischen Ansichten. Noch sonst irgendwas. Sondern es geht um ein Computerspiel. Wenn ich hier inhaltlich irgendwelchen Mist erzählen würde. Wäre es nochmal was anderes. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um ein Computerspiel. So. Ja. Jetzt kommen bestimmt Kommentare drunter. Wie ich hätte mittels dem und dem Kniff. Das Spiel schon vor 10 Minuten gewonnen haben können. Und das ist alles meine Schuld. Dass wir verloren haben. Ja. Das mag sein. Ich war mit der Runde sehr zufrieden. In diesem Sinne. Ihr Lieben. Ich will mich nicht weiter aufregen. Das macht nur die Stimmung kaputt. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir was drunter. Wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mir was drunter. So. Da kann ich mich wieder aufregen. Nein. Ist ja okay. Wenn ihr was schreibt. Tatsächlich ja sogar in richtiger Rechtschreibung. Und gar nicht schlecht geschrieben. In diesem Sinne. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Der Ära.